Am 27. März heißt es in Pfullingen Be Happy. Unter diesem Motto steht das diesjährige Frühlingserwachen, das nach zwei Jahren pandemiebedingtem Ausfall wieder stattfinden kann. Worauf sich die Besucher jetzt freuen können, sehen Sie jetzt. Blumen und Bienen, darum dreht sich das Pfullinger Frühlingserwachen am 27. März. In der Innenstadt werden Infos und Produkte rund um das Thema Umwelt und Nachhaltigkeit angeboten, ganz getreu dem Motto Be Happy. Also hier in der Innenstadt gibt es einen Infostand über das Thema Bienen zum Beispiel. Und da werden auch Saatkugeln hergestellt mit bienenfreundlichen Blumen drinnen, wo man dann selber zu Hause dann entweder im Garten oder in einem Blumentopf oder in einem Blumenkasten anpflanzen kann. Auch Einzelhändler machen beim Frühlingserwachen mit. Sie haben an diesem Tag von 11 bis 18 Uhr geöffnet. In der Buchhandlung am Leiblinsplatz gibt es Bücher zum Thema Bienen, aber auch eine Signierstunde mit der Autorin Barbara Görlich. In manchen Schaufenstern gibt es Kunstwerke zu entdecken. Diese werden im Rahmen des Stadtkunstweges ausgestellt. Der verkaufsoffene Sonntag erstreckt sich bis auf die Gewerbegebiete Steinge und Memmelers Wiese. Holzbau Pfeiffer macht Häusle für den Kindergarten. Albrecht Götz macht Kinderschminken. Wir machen unsere Maschinenvorführung. Es gibt eine Storhüpfburg, es gibt einen Motorsägenkünstler, der Billy Dröge wird bei uns vor Ort sein. Ein Shuttlebus soll die Besucher kostenlos vom Leiblinsplatz ins Gewerbegebiet fahren. Das muss allerdings erst noch vom Landratsamt genehmigt werden. Wie die Bewirtung aussehen wird, hängt von den Corona-Regeln zu dem Zeitpunkt ab. Fest steht aber, für Stärkung wird gesorgt sein, ob unter 3G-Regeln oder im To-Go-Format. Alle weiteren Infos gibt's unter www.ghv-pfullingen.de